Hallo und willkommen zu Scramble for Africa Gone Wrong Version 2. Und zwar arbeite ich schon an den Sachen, die wir jetzt in der Multiplayer-Runde festgestellt haben, die wir ein bisschen ändern müssen. Genau, fangen wir erstmal an. Das erste war das Kräfteverhältnis. Da ging es ja darum, ich habe gerade das Bild hier vorher nicht richtig, aber dass Deutschland und USA einfach massiv zu stark sind. Im Grunde genommen noch nicht mal zusammen, sondern Deutschland alleine zu stark ist, weil die einfach keine zivile Industrie quasi abgeben müssen an die Consumer. Und da konnten die pumpen, pumpen, pumpen und pumpen. Ich muss aber auch sagen, ich denke immer noch, dass es ein bisschen dem geschuldet ist, wenn einer halt wirklich eine Zivile Industrie baut, der andere baut halt leichte Panzer, wie wir in Deutschland dann auch waschen mit so einer Anfangsaufstellung. Das ist natürlich auch ein bisschen, glaube ich, selbstgemachtes Problem gewesen in Europa. So, trotzdem habe ich die Zahlen jetzt mal angepasst, damit das nie wieder vorkommt, weil das sonst die Runde so ein bisschen aus den Gleisen schieben könnte. Und allen voran habe ich jetzt bei dem Mod im Fokuspunkt gehabt. Das ist ja ein Koloniemod. Also, wenn man so will, die Kolonien haben sich ja rebelliert und das hat die ganze Welt auch noch umgeschmissen. Das ist ja quasi die Geschichte hinter dem Mod. Und wenn wir jetzt diese Kolonie-Geschichte weiterspinnen und das so wichtig für die Nationen in Europa überall ist, dann unterstelle ich auch einfach mal, dass die Schiffsgeschichte denen extrem wichtig ist. Weil einfach diese, also man könnte auch argumentieren, den Ersten Weltkrieg hätte es ohne die Schiffsproblematiken auch kaum gegeben. Also hätten die Deutschen keine Schiffe gewollt, also der Kaiser. Da hätten die Engländer sich nicht angeschnauzt gefühlt. Und naja, da kann man halt lange drüber diskutieren. Man möchte in jedem Fall die Kolonien, das imperialistische Gehabe, da gehören auch dicke Schiffe einfach dazu. Ja, das geht einfach Hand in Hand. So, von daher geht dieser Mod auch um Schiffe sehr stark, habe ich mir überlegt. Und ja, deswegen bin ich hingegangen und habe jetzt hier einfach erstmal eine Flotten vernichtet. Also die stärkste Flotte, die noch über ist, ist, ne, das sind hier so ein paar Schiffchen bei Spanien, Schweden und so und so ein paar Reste. Aber sonst habe ich eigentlich alle Flotten vernichtet. Und dafür habe ich aber allen Dockyards gegeben. Und zwar hat jeder massiv Dockyards bekommen. Ich meine, unglaublich viel Dockyards. Mehr Dockyards, als normalerweise die meisten Nationen in dem Spiel jemals haben werden. Die Idee dahinter ist gewesen, dass einfach jede Nation und auch jede Fraktion, muss man sagen, die Möglichkeit hat, eine Flotte aufzubauen und die von vornherein so zu designen, wie sie möchte. Das kann eine Handelsflotte sein für Convoys, weil das ist das nächste Problem. Ihr habt mehr Industrie bei dem Spiel. Das bedeutet, dass ihr einfach sehr viele Ressourcen einhandeln müsst. Ich meine, wirklich sehr viele. Und das bedeutet auch, dass man mehr Convoys unter Umständen bauen muss. Also Handelsflotten aufbauen, dann die zu beschützen, werden halt ein Zerstörer und leichte Kreuzerdinger. Aber damit kann man halt keine Seeschlachten ordentlich führen, alleine in aller Regel. Und da gibt es halt jetzt viele Optionen, die die Leute haben. So, auf jeden Fall, deswegen Flotten Dockyards massiv ausgebaut. Also fangen wir mal an. Der Russe hat die allergrößten Dockyards. Also ich gehe jetzt einfach mal durch die Industrie. Und dann zeige ich euch gleich noch auf dem Map, was ich verändert habe. Der Rest, die Fraktionen sind die gleichen. Ich habe auch noch Länder verändert, Bunker hingezogen. Zeige ich euch gleich die Details. So, erstmal hier. Also der hat 100 Naval Dockyards jetzt, der Russe. Ja, also ich habe ihn auch rot angemalt. Ich habe mir so ein Maltool für geholt, damit er nicht mehr so scheißgrün ist. Also dieselbe Map wie im letzten Mal. Ich habe nur die Länder, gewisse Länder annektiert, die mehr weniger Friedensverhandlungen haben. Und die Farben so vergeben, dass sie wieder richtig aussehen, aus meiner Sicht. Okay, aber jetzt geht es los. Also der Russe, der hat 100 Dockyards. Das bedeutet einfach, das ist halt mehr als jeder andere. Also der kann halt einfach wie blöde Schiffe pumpen. Die einzigen, die mehr Dockyards in Summe haben, das wären die neue Welt, die stolzen Nationen. Also Italien, zum Beispiel, hat 69 Dockyards. Und Japan kommt auf 59 Dockyards. Also die haben minimal mehr Dockyards als der Russe. Aber alle anderen kommen auf sehr viel weniger in Summe an Dockyards. Und das heißt, der Russe könnte theoretisch die größte Flotte der Welt aufbauen, wenn er wollte. Es ist die Frage, ob der am meisten davon hat, weil er keine einzige Insel besitzt. Aber der könnte die größte Flotte aufbauen. Und ich habe jedem einen Stützpunkt in Südamerika gegeben, jeder Fraktion. Sodass er tatsächlich sagen könnte, hör mal, jetzt machen wir aber mal krachen Südamerika. Also jeder hat auch die Chance, nach Amerika zu gehen. Nord, Süd, wie er möchte. Und jeder fängt auch mit dem Stützpunkt in Südamerika an. Sodass er auch da vor Ort schon Truppen aufstellen kann und so weiter. Da braucht man trotzdem eine Flotte, wenn man sich verstärken will, was nicht alles. Also der Russe kann auf jeden Fall jetzt echt mit einer Flotte arbeiten. Dann sich eine Riesenflotte holen und dann Sachen machen. Und überlegen, dann Japan mit einer großen Flotte zu erobern und und und. Also jedes für jeder eine Bedrohung jetzt. Was in den normalen Multiplayer-Runden ist ja so, dass gewisse Fraktionen niemals Bedrohungen für andere sind. Also wann ist schon mal Amerika bedroht in irgendeiner Runde? Und die haben einfach die größte Flotte. Ist halt einfach so. England kann man auch ein bisschen bedrohen, wenn man mit Luftwaffe da arbeiten kann. Aber selbst das passiert selten. Jetzt kann jeder jeden bedrohen. Auch der Russe kann nach Nordamerika gehen oder Südamerika, was er möchte. Das ermöglicht das. Genau, dann geht es ja weiter. Also wie gesagt, ich habe jetzt alle ein bisschen aufgerüstet. Jetzt jeden durchzugehen wäre wahrscheinlich ein bisschen viel. Den Amerikaner habe ich die Flotte kaputt gemacht und der hat sonst nichts bekommen. Der darf aber jetzt von Anfang an seine zivilen Fabriken benutzen. Also wir fangen über 100% World Tension an. Und der darf tatsächlich sofort Make the Giant und was nicht alles machen, um die Gesetze umzuschalten. Und darf das aktivieren. Der Amerikaner hat als Fraktion die meisten Zivilfabriken von allen Fraktionen. Aber der muss den natürlich erstmal umwandeln, wenn die anderen ganz viele Militärfabriken und Naval Dockjahr schon haben, schon umgewandelt, sind aktiv werden in dem Spiel. Das heißt, dass die Herausforderung des Amerikaners ist quasi, die schnell umzuwandeln und dann dem Deutschen zu helfen, der immer noch im Bürgerkrieg ist. Genau. Ansonsten, wie gesagt, habe ich alle durchgehend gebaft. Man sieht das an den Zahlen hier so ein bisschen. Man kann das auch nach Fraktionen gerne mal sortieren. Müsste man halt aufsummieren. Das ist aber, also die Summe der Zahlen ist meiner Meinung nach nie ausschlaggebend. Also zum Beispiel drei Länder mit der gleichen Anzahl Fabriken wie ein Land werden immer schlechter damit ergehen als dieses eine Land. Auf der anderen Seite können die aber Text besser koordinieren und in gewissen Schwerpunkte setzen. Trotzdem schwieriger in den Kämpfen zu organisieren. Dann ist die Frage der Ressourcen. Dann ist die Frage der geografischen Lage. Es gibt so viele Faktoren, die wichtiger sind als Industrie. Zumal, wenn die Industrie, die Bank weg durch erhöht wurde, ab einem gewissen Mindestwert ist die Front schon mal voll. Und da ist wirklich eine Frage, wer dann auch besser kämpft und von welchen Winkeln umkommt und was nicht alles. Also von daher, ich würde immer sagen, nie die Zahlen nur angucken und sagen, der ist OP, lass mal aufgeben. Das passiert so häufig, eigentlich fast immer, habe ich den Eindruck. Das ist völliger Käse aus meiner Sicht. Also ich habe schon so oft gesehen, dass Runden auch gewonnen werden von Leuten, die weniger Industrie haben. Und so oft gesehen, dass die Lager so voll sind, dass die hätten irgendwie 80 Prozent der Industrie gar nicht gebraucht hätten in manchen Nationen. Also das ist mir so häufig schon aufgefallen. Also Industrie bitte, ich würde das mit Vorsicht genießen. Das sind unbedingter Vorsicht, die Zahlen. Also die sind jetzt so groß, dass jeder einen Grund, also am Anfang auf jeden Fall einen sehr guten Grundbedarf entdecken kann. Und der Russ ist halt, wie gesagt, ein Tier. Aber das kommt hauptsächlich durch die Dockjahrs hier vorne. Am Boden ist er halt sonst so stark wie vergleichbare andere. Und da ist halt die Frage, wie viel Industrie, also möchte der wirklich weiter Dockjahrs bauen? Möchte der Ressourcen, die knapp sind, investieren in Schiffe? Da gibt es ja vielleicht nochmal Sachen. Die Axt ist nur der Bürgerkrieg hier unten. Genau, so habe ich alle hochgebracht. Also ebenfalls auch die anderen Fraktionen habe ich hochgebracht. Und jetzt zeige ich euch gerade, wie ich die Map verändert habe. So, also dann laden wir das mal 2.0. Regelwerk bleibt das gleiche, Mods bleiben die gleichen. Die Mods, mit denen die Sachen geändert hat, wie Farbe und so, die kann man rausnehmen. Da läuft das immer noch stabil, alles getestet. Der Russ hat auch eine kleine Armee am Anfang. So, an die anderen aber auch. Also, was ich gemacht habe, man sieht das jetzt hier natürlich nicht. Okay, dann machen wir das anders. Tag, äh, gar nicht. Deutschland ist ja die rechte Seite, oder? Also ja, die rechte. Haha, ich meine, ich wollte eigentlich, genau. Was ich gemacht habe, ich habe Belgien erstmal, habe ich Holland gegeben. Und dann nochmal ein paar Fabriken und Dockjahrs und so weiter. So, dass die halt viel größer noch geworden sind. Und natürlich noch in Afrika Sachen. Und ich habe denen hier vorne eine Bunkerlinie hingebaut. Ist nicht eine Maginotlinie, aber die Bunker gehen halt komplett runter durch. Teilweise auch zwei Sektoren tief. Und sind teilweise vier bis fünf groß, ja. So, dass der auf jeden Fall schon mal von Anfang an, und hat ja auch Manpower und alles am Anfang. Also, der kann sich auf jeden Fall, ist jetzt schwieriger zu knacken, ja. Sehr viel schwieriger. Dann habe ich den meisten nochmal PPs gegeben. Also, political power. Vor allem den Franzosen habe ich 900 Punkte gegeben. Weil der viele Stabilitätsprobleme und so weiter hat. Damit er da ein bisschen stärker dran arbeiten kann. Dann habe ich die Map konsolidiert. Ich zeige euch das einfach mal in Summe vielleicht. Und zwar Afrika erstmal. Das ging mir auf den Geist, dass wir halt 10 Milliarden Friedensverhandlungen haben. Ich habe das jetzt einfach konsolidiert. Also hier unten, Südafrika, hat zum Beispiel den Teil von Afrika komplett bekommen, in den ganzen Inseln hier. Indonesien hat die kleinen Inseln hier vorne alle bekommen, auch diese scheiß Inseln da. Hier vorne die Inder, haben hier vorne alles bekommen, bis eben zum China runter. Dass es einfach viel weniger Friedensverhandlungen gibt. Genau. Und dann hat jeder so ein bisschen was bekommen in jeder Richtung. Also die stolzen Nationen, allen voran hier Italien, hat hier unten einen riesen Batzen bekommen. Ja, die Imperialisten, die Engländer sind das hauptsächlich, aber die Imperialisten in Summe, die haben halt Suezkanal und die Bralta jetzt wieder. Und dann haben wir in Afrika Stützpunkten, hier auch nochmal Stützpunkte hier vorne. Genau. Hier in Südamerika, wie gesagt, habe ich allen was gegeben. Also hier unten zum Beispiel sind die stolzen Nationen. Also Japan und Italien haben da einen Stützpunkt. Hier ist die Kommentaren, kann sie direkt von Anfang an hin, wenn sie möchte. Das hat so eine, die haben jetzt zum Beispiel die Optionen. Die können sagen, wir wissen, dass wir genug Dock jetzt haben, wir können die stärkste Flotte aufbauen. Wir können eigentlich auch statt bei Europa mitzumachen, können wir unsere Industrie nutzen und eben pumpen das halt alles jetzt nach Südamerika, ja. Das wäre kein Problem. Das können übrigens alle Fraktionen machen, ja. So, dass sie auf jeden Fall eine Option jetzt haben, auch hier hinzugehen. Ob sie das so Sinn machen, ob sie das wollen, das müssen wir ja selber entscheiden, alles. Aber können die machen. Die Unabhängigkeitsgarantien sind immer noch da. Das heißt, jeder, der hier unten ein Land sich schnecken will, der kriegt mit USA und Deutschland, sofern die das eben denn wollen, die USA und Deutschland, ne. Also das bleibt immer noch drin. Genau, das habe ich jetzt, Venezuela habe ich einfach überschrieben, damit das als, ne, zur Fraktion gehört. Das ist jetzt nicht mehr KI-Land. Genau, ansonsten, die haben alles konsolidiert hier so ein bisschen. Also auch hier vorne in Europa, ne, das habe ich da verdoppelt. Hier vorne die kleinen Länder für Russland geholt. Auch hier sind sie wieder zurückgegeben, ein paar der Sachen von Russland. Die stolzen Nationen, also Japan, die haben hier vorne jetzt Koreamanscherei und alles bekommen. China habe ich mit Absicht aufgelassen, weil das ist jetzt der Run um China. Das heißt also, die stolzen Nationen und hier vorne die Anti-Imperialisten, ne, die haben halt jetzt die Wahl. Also China, Philippinen, was wollen sie sich holen? Wollen sie da für einen Krieg riskieren? Was geht da ab, ne? Und immer noch die Optionen von anderen Nationen, wie zum Beispiel Russland und so. Also alle können Freiwillige schicken, in großem Umfang sogar. Wem wollen sie dabei unterstützen? Also hier gibt es dann auch schon wieder die ersten Angelpunkte. Auch hier unten Australien ist noch zu haben, ne. Das ist halt ebenfalls. Also es sind so diese drei Punkte, um die wahrscheinlich ein Konflikt entbrennen wird in Asien. Und dann eben gucken, wer von den Leuten weh, wie sie supportet. So, also auf jeden Fall Summe konsolidiert alles. Das Spiel wird, weil es mehr Fabriken gibt und vor allem massiv mehr Dockyards, ne. Das heißt ja auch dann mehr Schiffe, mehr Ölverbrauch. Aber die Fabriken führen auch zu mehr Verbrauch von Ressourcen insgesamt. Das wird einfach dazu führen, dass es ein massives Ressourcenproblem gibt. Und die Antimperialisten haben sowas ähnliches wie die OPEC jetzt hier unten. Man kann hier vorne vielleicht reingucken. Mehr Handel. Also wenn ihr hier guckt, wer was kontrolliert. Kann man jetzt eine Fraktion, kann man sich auch fliedern, ne. Aber die Indonesien kontrolliert halt fast alles Gummi, was auf der Welt existiert. Der Rest ist halt vernachlässigbar. Das heißt also, das ist ja die neue, also es ist ja nicht OPEC dann, das ist dann die Gummipack oder so. Keine Ahnung. Aber die kontrollieren das halt. Also jeder, der Krieg gegen die Republik auf Indonesien führt, also gegen die Antimperialisten, der hat halt keinen Zugriff auf diese Ressource. Es sei denn, erobert das, ne. Völlig bam, weg. Die Antimperialisten haben ja schon von Anfang an Krieg gegen die, und da haben die keinen Zugriff auf diese Ressource. Das bedeutet einfach faktisch, dass sie keine Motorisierten und Flugzeuge bauen können. Es sei denn, die ziehen jetzt massiv und unglaublich viel Raffinerien hoch, ja. Das ist natürlich ein teures Projekt. Da müssen die entscheiden. Dafür sind sie ja im Krieg, ob sie da hinwollen. Das soll einfach den Konflikt zwischen Europa und Asien ein bisschen schüren, ja. Müssen die natürlich nicht machen. Die können auch Raffinerien einfach hochziehen. Das ist denen ja überlassen oder ohne Luftwaffe arbeiten. Wie das halt jeder Russe macht bei jeder historischen Partie, dann tun sie Flax auf den Boden bauen. Das sind natürlich auch alles Optionen, ne. Das ist für den Erdbeerkanal ein bisschen schwierig, den dann zu contesten ohne Luftwaffe, aber, ne, und Flugzeugträger und so. Oder machen halbe halbe oder sowas. Nur Flugzeugträger und dafür ein paar Raffinerien hochziehen. Der Punkt ist einfach nur, die Antimperialisten sind immer noch die schwächste Fraktion. Aber dafür haben sie eben diese eine Ressource, die kein anderer hat. Und dann ist halt die Frage, will man einen Krieg riskieren, aber wenn er nicht gewinnt, dann für den Rest des Spiels auf Gummi in großem Umfang verzichten, ne. Und die Frage ist halt, selbst sagen wir mal, Japan würde jetzt einen Krieg hier unten machen, um diese Gummi-Ressourcen zu holen, zu wollen. Die Frage ist halt, würden sich die anderen, sagen wir mal Russland, sich das anschauen, würde sagen, nee, nee, hör mal, da schicken wir jetzt Freiwillige und verteidigen das wie Dumme. Weil dann ist Japan einfach raus, wenn die das nicht erobert bekommen, ne. Also zumindest wenn die eine Luftwaffe bräuchten, dann argumentiert das, dass das ein wurchtiger Punkt wäre. Zum Beispiel eben für die Flugzeugträger. Naja, aber das sind halt ganz neue Überlegungen, die, glaube ich, das Spiel sehr interessant machen. Die Antimperialisten haben allerdings auch ein Riesenproblem. Also zum Beispiel haben die keine Stahlvorräte. Also Stahl, also wenn jeder, ihr müsst euch vorstellen, die Schiffsproduktion in der Welt wird jetzt ungefähr verzehnfacht, ja. Und Schiffe schlucken Stahl, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Stahl wird jetzt auch absolute Mangelware. Das meiste, wie ihr seht, gibt es in der USA, ne. Frankreich, das ist da, wo die Maginot-Linie ist, das ist das andere Stahl-Knubbel-Ding. Also Stahl, gerade der Russe, ich bin mir nicht sicher, ob der mit dem Stahl, was er jetzt zur Verfügung hat, klarkommt. Da können wahrscheinlich alle die Gesetze ändern, aber Stahl ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Gerade die stolzen Nationen werden gigantische Stahlprobleme haben zu ihrem Gummiproblem. Also die sind mehr als alle anderen, haben die Probleme, was Ressourcen angeht, das einfach abartig. Da müssen sie sich überlegen, wie sie da wirklich vorgehen wollen. Also die sind meiner Meinung nach allein deshalb schon die zweitschwächste Fraktion, aber auch, weil die eben geografisch da und da sind, ne. Genau. Ja, der Russe ist am besten aufgestellt, genau wie der Amerikaner mit Sicherheit, ne. Das bringt ja vielleicht nicht einmal so ein Block-Dingi. Also der Amerikaner, der kann ja ohne Probleme da von Anfang an ja alles machen, was er möchte. Der kann von Anfang an ja Kanada, Mexiko, alles übernehmen. Der kann sich ja ausbreiten, ja. Und die müssen ja alle erst noch flotten herstellen, um da irgendwas zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da trotzdem zwei Blöcke nachher bilden. Da muss man halt einfach mal schauen, wie das konsolidieren. Aber es ist halt wirklich sehr wichtig, wer gegen wen, wann, wie, wo Krieg machen will, aufgrund der Ressourcenproblematik, ne. Ja, und hier vorne in Europa der Krieg. Also, naja, der Franzose hat die Maginot-Linie. Der Berger hat seine Maginot-Linie. Beide fangen massiv mit mehr, also vor allem der Franzose, massiv mehr Militärfabriken an, sodass sie sich auch gegen Deutschland ohne Probleme eigentlich stemmen können sollten. Italien sowieso. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hier eine lange Paz-Situation gibt, der Deutsche sich eher nach hier unten ausbreitet. Dann hast du auch ein Rennen zwischen Deutschland und Russland hier unten in die Richtung geht. Italien macht wahrscheinlich auch mit. Die könnten das auch mal, die werden ja mit Schiffen da landen und alles. Aber die werden sich wahrscheinlich Spanien und Portugal erst holen, gerade weil es hier ganz viel Tungsten gibt, was halt auch sehr beliebte Ressource sein wird, ne. Naja, also auf jeden Fall, das ist die 2.0-Version, also die gleiche politische Lage, wenn sie wollt, nur eben die Fraktionen halt alle umgebaut, also stark gebaft sozusagen. Und jedem hat so einen Schwerpunkt irgendwo gegeben. Also die meisten Dokias, wie gesagt, haben halt die stolzen Nationen, aber keinen Stahl, um die zu benutzen. Die zweitmeisten haben dann die Russen, aber vielleicht kein Interesse, die zu nutzen, wenn sie nicht nach unten hingehen, ja. Und so weiter geht das halt. Stahl fehlt halt fast jedem. Die Anti-Imperialisten, die haben halt auch gar keinen Stahl für ihre Produktion, ja, das ist ein riesen Drama. Die USA haben eigentlich alle Ressourcen bis auf Gummi. Genau, die haben alle Ressourcen bis auf Gummi, sind aber, wenn der Deutsche fällt, die wahrscheinlich dann Schlusslicht danach wieder, ne. Wir müssen auch erst alles aufbauen, können am Anfang nicht an diesen, na, wir haben, ne, Boxen irgendwas und machen halt, wo wir uns hinstellen wollen. Können sie also in keine gute Position bringen. Also jeder hat so seine eigene Herausforderung und wir müssen jetzt mal gucken, wie das jetzt läuft. Vor allem wird es auch flüssiger laufen, denke ich, weil, ne, es gibt nicht mehr so viel Friedensverhandlung, das ist ja wirklich bitchy gewesen. Vielleicht noch eine Besonderheit für die Anti-Imperialisten. Die haben jeweils nur zwei Tag-Slots alle. Die kann man aber auf fünf hochbringen. Ich habe das ja schon gemacht in der aktuellen Runde, ne. Also das ist kein Problem. Das muss man halt nur, also das ist kein Problem. Das dauert halt drei, vier Jahre, aber dann seid ihr auf fünf Tag-Slots und könnt danach aufholen mit dem Tag. Aber ihr habt einen Tag-Nachteil am Anfang, ne. Also die sind, die haben halt nicht die Möglichkeit, irgendwas zu rushen. Die haben halt die Ressourcen, die eingehandelt werden. Die wollen keine Kriege führen. Die wollen die einhandeln, die wollen ihre Tags gehen. Die wollen, glaube ich, ins Late-Game skalieren. Und die in Europa haben halt Optionen überall, ne. Genau, wie der Russe Optionen hat. Und der Amerikaner, da würde ich sagen, der kann auch nur das Late-Game skalieren, damit das sinnvoll funktioniert. Das ist so auf jeden Fall, wie ich das Szenario im Moment sehe. Und am meisten würde ich mich über das russische Gameplay freuen. Die Frage ist halt echt, wie der, ob der halt jetzt die Amerika-Geschichte macht, eine Flotte aufbaut oder was er vorhat. Vielleicht noch ein letztes Wort. Der Mord ist im Moment so gemacht, dass ihr, wenn ihr keine Kurs auf dem Land habt, 50 Prozent weniger Infrastruktur da, also ihr könnt 50 Prozent weniger bauen, wenn ihr keine Kurs habt. Und da so viel jetzt ausgebaut ist, insbesondere die Dockyards-Overboard gehen hier, bedeutet das, dass das Bauplatz ein Problem für viele Nationen ist. Und wenn man dann keine Kurs hat, dann kann man halt weniger bauen. Also zum Beispiel Schweden ist, glaube ich, jetzt gleich voll gebaut. Die müssen sich halt Dänemark, Norwegen und Finnland holen und dann die Kurs darauf machen durch dieses eine Ereignis, damit die eben, damit die ihre Industrie überhaupt nutzen können im großen Umfang langfristig. Das haben so einige Nationen. Also Russland hat es nicht, Russland und USA haben dieses Problem nicht. Vor allem, weil die sich auch noch ausbreiten können alles. Aber diese Problematik besteht halt schon bei einer ganzen Menge anderen der Nationen. Also England hat das aber hier ganz gravierend. Die können allerdings in Afrika mit der Fläche ein bisschen ausbauen. Das geht auch. Muss man halt machen, was man kann. Der Afrikaner hat das Problem ebenfalls. Der hat zwar hier Fläche, aber nur Kurs im Süden. Der braucht halt auch, ich will nicht sagen Lebensraum, das ist ja ein böses Wort, aber er braucht Bauland. Das geht halt nicht anders und das ist halt hier oben in Afrika gut zu holen in einem gewissen Umfang. Aber man braucht auch eine ganze Menge von dem Zeug. Ja, also es gibt auf jeden Fall neue Herausforderungen und sonst das gleiche Szenario. Manpower-Geschichten-mäßig würde ich jetzt vermuten, dass eigentlich alle relativ gut aufgestellt sind, dass sich keine großen Probleme, wenn man Gesetze umstellt. Das sollte für alle Fraktionen laufen. Ich will gerade noch irgendwas wahr. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Dinge. Ja, genau. Und das wäre die 2.0-Version. Muss man halt nochmal testen. Das Regelwerk dazu konnte ich jetzt natürlich vereinfachen. Ich zeige euch das kurz. Ich habe es eben schon mal umgeschrieben hier vorne, wo man erinnert sich nicht mehr. Also die ganzen Sonderregeln, die hier drin stehen, die sind alle weg. Jetzt gibt es halt nur noch diese eine einzige Sonderregel, nicht mehr diese fünf, die da vorher waren. Und die einzige lautet jetzt, Kurs dürfen erst Ende 1938 angegriffen werden. Also man darf Kriegsgründe vorfängieren, man darf vor Kriege führen, dann kann man Seeschlachten machen und alles, was nicht Kurs sind, darf man auch erobern von den Ländern. Man darf nur nicht auf ein Khor-Land gehen vor 1938. Man will ja nicht, dass die Leute weggerusht werden. Aber ansonsten dürfen halt alle Kriege, wie und wo irgendwie, was ihr wollt, geführt werden. Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Also wir machen vielleicht noch so ein 6-Monate-Ding, und wie jeder sich aufstellen kann. Ich muss gerne noch dazu schreiben, aber ansonsten ist das... Also sagen wir einfach bis Ende 36. Aber das ist ja, ne? Also Ende 12.36. Niemanden angreifen. So schreiben wir es einfach. Genau. Niemanden angreifen. Kriegsgründe. Und was denn? Okay. Aber das Regelwerk, auf jeden Fall massiv vereinfacht, dadurch massiv. Genau. Und sonst bleibt das halt alles wie beim Alten hier vorne mit den Fraktionen und so. Da hat sich nichts geändert. Wir könnten überlegen, ob die Spielerzahl noch erhöhen. Also ich kann es jetzt einfach mal beischreiben, weil das jetzt alles größer geworden ist. Sag mal den 5. Wir haben 6 machen. Und dann nehmen wir ein bisschen mehr Auswahl. Muss nicht 6 sein, aber kann 6 sein. 30 Spieler läuft das ja auch noch. Genau. Das sollte eigentlich keine Probleme dann darstellen. Ja, dann müssen wir das wieder mal ausprobieren, ob das halt eben funktioniert. Dieser von Anfang an ist immer noch Szenario. Imperalisten, die Antimperalisten sind sofort im Krieg von Anfang an. Aber die Schiffe sind halt jetzt ein bisschen dünner, ne? Und ansonsten sind eigentlich alle im Frieden. Da gibt es nur noch den Bürgerkrieg hier vorne. Genau. Und dann gucken wir mal beim nächsten Durchgang, wie das dann wird. Aber ich denke immer noch, so wie es jetzt designt war, hätte es eigentlich auch klappen können, wenn die halt alle von Anfang an sich für einen Rush Deutschland eingestellt hätten. Aber wenn man natürlich den Aufbau Deutschlands abwartet, das ist ja dann bis 1939, werden dann die falschen Einheiten und Fabriken gebaut. Zumindest was ich gehört habe, was sie gesagt haben. Das erklärt glaube ich, warum das jetzt gerade so ein bisschen ein Kräfteverhältnis ist. Aber ich weiß immer noch nicht. Also der Keks hat das übrigens gerade gepostet. Ich habe es unter das Video nochmal geschrieben. Tatsächlich haben alle Fraktionen, die im Krieg gegen Deutschland und USA sind, die haben wohl 100 Fabriken in Summe mehr als Deutschland und USA. Und da sind die sogar stärker. Aber die haben halt die Weichen, glaube ich, falsch gestellt. Und die haben das Koordinationsproblem. Auch wenn die von mehreren Seiten kommen, muss man das ja irgendwie koordinieren. Aber eigentlich sind die stärker von Industrie, hat der Keks hochgezählt die Zahlen. Ja, muss man halt mal gucken, wie es morgen, wie es dann ausgeht. Aber das war die 2.0 Version. Und wir gucken uns jetzt mal das Kräfteverhältnis an. Und dann, ich denke, dass das jetzt ein bisschen ausgeglichener sein könnte. Egal, wie die Leute die Weichen am Anstand stellen. Ja, das war das. Und Feedback gerne gesehen. Bis dann. Ciao, ciao.